Aber das liegt auch daran, dass es wichtig ist, sich nicht zu verzetteln und dass alle meine Partner so innovativ sind und immer wieder tolle, tolle Neuheiten machen, also sowohl von der Technik wie vom Design. Und irgendwann sind meine Kapazitäten da auch erschöpft, also sodass das Bedürfnis einfach im Moment gerade nicht da ist nach was Neuem, weil die alle einfach so viel Neues auch machen. Und das ist überraschend und schön einfach.